Eine Tischlerei kooperiert mit einem Uhrmacher. Heraus kommt der oberösterreichische Handwerkspreis für Technik und Design. Im letzten Jahr bekam Tischlermeister Konrad Schmölzer aus Frankenmarkt von Premium-Uhrmacher Gerhard Weigmann den Auftrag, das Gehäuse für eine Präzisionspendeluhr zu bauen. Seit 40 Jahren restauriert Gerhard Weigmann antike und historische Uhren. Weltweit ist diese Uhr einmalig, schon alleine wegen der Genauigkeit von nur maximal 5 Sekunden Differenz im Jahr.